Ob mit oder ohne Hut, Kumpelnest 3000 geht immer. Einer der legendärsten Berliner Bars mit Stammpublikum. Wenn du Gäste hast und die fragen dich, wie war es eigentlich früher in Berlin, als die Mauer noch stand, dann schleppt man die am besten hier hin und da hat man es live und man muss nichts erklären. Seit 1987 gibt es das Kumpelnest aber von Altersmilde keine Spur. Also das hier ist der coolste Laden von Berlin, mein Lieblingsladen. Früher mal ein Puff, heute eine Kneipe. Ob Transvestit, Poll oder Punker, alle ein, die Liebe zum Exzess. Das Problem an diesem Ort ist, man kommt selten vor Tagesanbruch wieder raus, aber bereut habe ich das noch nie.